Hallo und herzlich willkommen zu unseren Buchtipps. Heute will ich euch das neue Buch von Sven Oliver Müller, Leonard Bernstein, der Charismatiker, vorstellen. Der Sohn einer jüdischen Einwandererfamilie studierte an der Harvard Universität Klavier und Komposition und konnte mit dem New Yorker Philharmonic Orchestra schon bald seine einzigartige Begabung unter Beweis stellen. Eine großartige Karriere als Dirigent folgte, die ihn mit zahlreichen renommierten Orchestern zusammenfügte. Eine großartige Karriere als Dirigent folgte, die ihn mit zahlreichen renommierten Orchestern zusammenführte und legendäre Konzerte und Audioaufnahmen mit sich brachte. Berühmtheit erlangte Bernstein, der auch die politische Stellungsnahme nicht scheute durch seine Kompositionen wie etwa die West Side Story. In seiner Biografie widmet sich der tübige Historiker Sven Oliver Müller dieser charismatischen Persönlichkeit in all ihren schildernden und schwierigen Facetten. Eine großartige Hommage zum 100. Jubiläum.